Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich ebenso für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein. Und ich muss versuchen, die langen, dunklen Wintermonate zu überstehen. Ich habe diese Aufgabe auf mich genommen, weil sie mich davor bewahren soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu fürchten. Denn ich fürchte mich. Von allen Seiten kriegt die Angst auf mich zu. Und ich will nicht warten, bis sie mich erreicht und überwältigt. Ich werde schreiben, bis es dunkel wird. Und diese neue, ungewohnte Arbeit soll meinen Kopf müde machen, leer und schläft. Und ich will nicht den Verstand, bis sie mich erreicht und schläft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2020 ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.